Kiefer, Mannheim, bald wird es soweit sein. Wir standen im Oktober mitten im Aufbau für die groß angelegte Ausstellung mit Werke von Ansel Kiefer aus der Dauerleihgabe Konvolut von Hans Grote in der Konzerne Mannheim und dachten dann, dass wir geschlossen haben, okay jetzt bauen wir es fertig, weil vielleicht kann es ja im Dezember gleich weitergehen. Das konnte es nicht, aber irgendwann werden wir die Ausstellung ja jetzt hier im Frühjahr präsentieren können. Und das ist wirklich beeindruckend. Ich laufe ja durch die Ausstellung ganz mutterseelenalleine manchmal. Diese tausenden Quadratmeter, wo die tonnenschwere Skulpturen und manchmal auch tonnenschwere Bilder in den Wänden da auf diese unglaublich beeindruckende, argisetonische Breite sich sozusagen zeigen. Und das ist wirklich schön. Und das ist nicht nur alleine schön, das ist sogar noch schöner, wenn man es zusammen mit anderen erlebt und teilen kann. Deswegen halt durch. Es wird kommen.